Als erst zweite Oberösterreicherin nach Gerlinde Kaltenbrunner ist die durch den Judo-Sport bekannte Talheimerin Sabrina Filzmoser vor wenigen Wochen auf dem Dach der Welt, dem 8.848 Meter hohen Mount Everest, gestanden. Ihr Weg dorthin war schon abenteuerlich. In Diga, am Golf von Bengalen, ist Filzmoser gestartet. Und zwar nicht mit dem Flugzeug oder mit dem Auto, sondern sie ist zum Himalaya massiv geradelt. Rund 1000 Kilometer war sie unterwegs, von Diga über Kalkutta und Bagalpur bis nach Nepal und dort eben an dem Fuß des Himalaya. Und dann ging es auf den höchsten Berg der Welt, die 41-jährige ehemalige Weltklasse Judo-Karin, die neben zwei Europameistertiteln auch WM-Bronze gewonnen hat, erfüllte sich damit einen lange gehegten Traum. Wenn, dann mache ich es gescheit. Und gescheit bedeutet in Filzmosers abenteuerlicher Welt, die Besteigung des Mount Everest vom Meeresniveau aus in Angriff zu nehmen. Damit hieß es für die 41-Jährige zunächst einmal 1000 Kilometer von der Küste des Indischen Ozeans in Richtung Everest-Basislager quer durch Indien und Nepal mit dem Mountainbike zurückzulegen. Anfang April traf sie dort ein und begann mit den Vorbereitungen auf den mühsamen und auch gefährlichen Gipfelsturm, den sie wie Gerlinde Kaltenbrunner ohne künstlichen Sauerstoff in Angriff nehmen wollte. Auf 8000 Meter Seehöhe musste sie dieses Vorhaben allerdings aufgeben. Auf den höchsten Gipfel der Welt schaffte es Sabrina Filzmoser aber trotzdem, womit sie als bislang erst zweite Oberösterreicherin auf dem Mount Everest stand. Und jetzt ist sie bei uns im Studio zu Gast, die zweifache Europameisterin in Judo und Mount Everest-Bezwingerin Sabrina Filzmoser. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Wie ist das Gefühl am höchsten Punkt der Welt zu stehen? Ja, es ist definitiv was ganz Besonderes, aber man weiß, man muss dann auch wieder runter gehen. Deswegen ist man sehr konzentriert und versucht nur kurz rundherum zu schauen und dann sich vorzubereiten und abzusteigen. Sie sind ja nicht den leichtesten Weg gegangen. Sie sind ja von Meereshöhe angereist bis auf 8.848 Meter, zuerst mit dem Fahrrad und dann zu Fuß rauf gegangen. Irgendwann kam der Moment, da ist die Luft ausgegangen. Da war einfach es notwendig, Sauerstoff zu nehmen. Wie hat sich das angefühlt? Nicht wirklich die Luft ausgegangen, sondern das Blut ist so dickflüssig, dass es nicht mehr zu den Zähnen und zu den Fingern kommt. Das heißt, die frieren dann einfach ein. Und ich habe am Mannerslos schon einmal das Problem gehabt, dass ich ziemliche Frostschäden gehabt habe. Ich habe meiner Familie versprochen, wenn das dann über 8.000 Meter vorkommt, verwende ich Sauerstoff. Ich habe ein super Team rund um mich gehabt, die haben mir dann überrät, dass ich doch Sauerstoff verwende. Und das ist dann trotzdem gelungen. Die Gesundheit ist immer wichtiger als jedes Abenteuer. Wobei Sie waren nicht nur als Abenteuerin dort. Sie haben etwas mitgenommen, habe ich gehört, nach Nepal. Nämlich die Leidenschaft für Judo. Dort, genau in einer Schule, wird jetzt Judo unterrichtet nach Ihrem Besuch. Stimmt das? Wir haben den Everest Judo Club eröffnet in der Kumchung Schule. Und das war ein riesengroßes Fest. Die ganze Sherpa Community ist live dabei. Und das wird jetzt auch gefördert und unterstützt von der lokalen Bevölkerung. In der Monschuh Schule auf 2.840 Meter und in der Kumchung Schule auf 3.790 Meter. Frau Filzmoser, wir sehen Sie immer als Sportlerin. Sie haben so viele andere Dinge in Ihrem Leben schon geschafft. Sie sind Berufspilotin für Flugzeuge, für Hubschrauber. Sie haben den Doktortitel im internationalen Management. Sie haben 11 Medaillen bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Sie suchen sich immer Ziele. Wie erreicht man Ziele am besten? Ja, ich denke, mit dem Projekt haben wir doch etwas bewiesen. Nämlich jeder kann seinen eigenen Mount Everest haben. Und das habe ich auch zum Vermitteln versucht in die Schulen, die Kids und die jungen Leute, die nächste Generation. Wenn sich jeder Ziel und eine große Herausforderung setzt, ist es ganz egal, in was für einem Bereich. In meinem persönlichen Umfeld funktioniert das schon recht gut. Und ich bin mir sicher, die Kids dort werden das in Zukunft genauso sehen. Haben Sie eine gewisse Taktik, um all Ihre Pläne zu erreichen? Sie sind ja höchst erfolgreich. Ich habe ganz wenig Taktik dabei. Also ich verlasse mich da auf meine eigene Inspiration und nehme einfach alles auf, was in der Umgebung so passiert. Und viele Dinge passieren einfach. Wenn man Gutes gibt und schenkt, dann kriegt man das doppelt wieder zurück. Das ist ein guter Spruch. Sie ist eine unglaublich starke Frau. Gibt es irgendetwas, wovor Sie Angst haben? Angst ist eine Definition, die hilft ab und zu und bewahrt auch vor schlimmen Situationen. Ich glaube, das gehört genauso dazu. Aber sonst bin ich eigentlich doch relativ frei im Kopf und probiere einfach Sachen und Dinge auf und bin immer neugierig und will Neues entdecken. Also es gibt keine Phobie vor Spinnen oder irgendwelchen Kleinigkeiten, wo wir uns denken, da geht es uns genauso wie der Sabrina Filz-Moser? Eine Phobie, glaube ich, kann ich sagen, habe ich nirgendwo. Aber es ist definitiv so, dass ich merke, wenn ich zu hohes Risiko eingehe und ans Limit komme, dann lerne ich immer mehr durch Niederlagen und durch Sachen, die nicht so funktionieren, als wenn es dann jedes Mal funktionieren würde. Und ich glaube, das ist im normalen Leben auch so. Also aus verschiedenen schlimmen Situationen kann man oft mehr Kraft schöpfen, um sein Ziel zu erreichen dann. Vielen Dank für das Gespräch, Sabrina. Herzlichen Dank.